Willkommen zurück zu Darkest Dungeon, in der letzten Folge haben wir ähm, naja, sind nicht verkackt, hm, was haben wir jetzt mal hier wieder, ne Heilerin, ein Orkot, ein Orkotist, den nehmen wir mal da rein. Da haben wir nämlich keinen mehr von, ne, ist es ja leider, ähm, ja, verstorben. Hm, hm, so, da geht doch mal hier beten, oder meditieren, oder was auch immer. Hm, da gehen wir mal. Okay, nun... Hm, nun... Hm, nun... Gucken. Gucken. Machen wir das mal bei ihm weg. Ähm, haben wir auch das. Wir haben jetzt, ähm, gefunden, was sie machen. Oh, ja, sie ist ein bisschen gestresst. Minimal. Ja, okay. Geh mal. Ja. Ich würde das. So. Hm. Huuuuh. Wir nehmen wir mal mit. Was soll, ich nehme auf jeden Fall die Paparien mit. Ein bisschen Brut. Dann nehmen wir ihn noch mit hier. Auf Stufe 2. Unsere Heilerin. Eine Heilerin, wo er auf Stufe 3 ist. Ah ja, sie ist hier gerade. Ne, gut. Dann nehmen wir sie hier mit. Und jetzt noch einen Giftmischer. Ja. Hier noch kein Blindenpandals. Blindenpandals. Komm. Ja. 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 Perfekt, gut, nehmen wir nochmal 8 mit, und fackeln den mal, Abricht, so mitkommen, passt. Ja, dann los. So, das muss passen. Erstmal eine Falle rein, sehr gut. So, das ist ein Schiffleister hier dran. Nice. Ähm. Schauen wir mal, was haben wir hier? Nichts. Sehr gut. Wir haben unseren ersten Raumkampf. Ich hoffe, wir finden hier irgendwie so einen zufälligen Boss, der uns, glaube ich, nerven gehen möchte. Oh, scheiße, ich falle, scheiße, die hab ich nicht gesehen. Okay. Ne, nur ein Jahr. Nur mal 50% mit dem Licht. Feichlichter, super. Super. Jo. Ich weiß, sie haben 60%, aber, da könnte es haben, kommt schon. Jawohl. Sehr gut. Oh. 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 Wenn wir die Gruppe heilen Und nochmal auf die beiden Wunderbar So dann müssten die beiden ja schon gut wie tot sein Alter hat auch mich hier Ich bin nicht zu zeichnen Fehlen Ich kann nur auf den Klingeln gehen Komm schon Stirb Na gut Wenn ich schon voll ist im Metall Ja Warte mal Vergessen Öffne Nimm mal den Sarg Na gut Geld nehme ich immer gerne mit Hm Wo könnte man das Feuer machen Ich würde mal sagen Ja Hier unten Hier unten Hm Ja Alle Ganz einfach vergiftet Hier Das hier Komm Okay Du stehst ja darauf So an die Dinge zu gehen Dann Nimm mal mit hier Ich habe keinen Platz dafür Ich habe keinen Platz dafür Die Cuisine brauche ich Das Feuer brauche ich Die Fackeln brauche ich Das Essen brauche ich Das Gold Das ist viel wert Das ist viel wert Das ist viel wert Das ist viel wert Ich kann hier frei geben... Oh, dann kann ich es mitnehmen... Ach, okay, das geht ja... Es surges as the enemy crumbles... Begone, fiend! As Victor is mounted, so too will resistance... Wir müssen doch irgendwo alle Räume erkunden... Wie eine Quest... Oh, alle drei, sehr schön... Natürlich... Oh, die sind immer rasch... Das finde ich super... Keine Chance hier... Ach, guck mal, sehr schön... Wo noch einen... Ah, ich hatte noch einige nehmen... Er sagt Flea... Na gut... Auf in die Kamp... Ach, verdient... So viel... Ja, macht und macht... Ähm... Ja, mach schon mal One-Head... Hm... Dann mach ich das nicht aus... Na, mir ist halt vergiftet... Ich wollte den schnellen Tod geben... Jetzt stöpst du langsam... Meine Güte... Hm... Das war fool... Werden sie doch nicht erst. Dann nutze ich den Kampf mal um die Charakterie an manchen Pfeilen. Jetzt läuft das noch gut und wir haben noch nicht mal hier ein Nagerfeuerchen gemacht. Wir gehen noch hier runter und dann wenn wir wieder hier sind machen wir dann da das Pfeuerchen. Ja wir haben hier unseren hummigen Schlangenpäser dabei. Habt ihr wieder Hunger? Es ist euer Ehren. Oh da sind wir noch mal rasch. Super. Ja kritzen hier. Super. Ich finde ja super. Die beiden ergänzen sich effe nur perfekt ey. Was er mit durchbummeln auf die 1 dann die damit durchstoßen. Das ist ähm fach. Jaaa. Nicht anfassen. Jo wie oft seid ihr jetzt noch dran. Alter die ist ziemlich streffig gerade. Alts. Komm schon. Jaaa mann. Hätte jetzt nicht einer P haben können oder so. Meine Güte. Ja. Weißt du soll es auch hier sein. Bäh. Ja. Ich kann es nicht sehen, aber eine Verkaufnahme. Die Gegrüß und Wunderschöne können in den größten Tenebrüsten dieses Ort finden. Er ist hier immer noch vergiftet, das ist nicht so voll. Das sind so drei Geimschilder. Vergiften wir die beiden malen. Ah, da kommt schon. Ernsthaft. So. So. Ach, da ist sogar der Questort. Okay. Nö, nö, ich will doch weitermachen. Gehen wir noch die Geheimtür, das ist, ähm, ne, wir machen gleich im Lager, fast. Das wird mir genug gehalten. Geheimtür, das ist ein Ziel ohne Hoffnung. Das ist ein Ziel, das ist ein Ziel. Oh mein Gott. Wir greifen ihn an, super. Die weicht so oft aus. Das ist... Meine Güte. Ich möchte ihn totkriegen. Weil die wahrscheinlich am meisten Schaden macht. Nicht vergeftet. Super. Super. Mio. Oh, Mann. Sehr gut. Impressive. Warum war er der erste gleich schon mal tot? Oh, Mann, ey. Der... Warum ist die Treffer schon so niedrig? Ich... Mein war nicht mehr. Stirb endlich. Meine Fresse, ey. Das ist ja... Ich weiß ja... Ihr habt gar nicht so viel Leben, ne? Aber mal gut. Mal schon. Mal schon. Und Leute, vergiftet. Krass. Hab' ich nicht gedacht. 75% hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Na gut, dann... nochmal mal hier. So, drei Schaden. Einnehmen. Ja... Heilig. Schaden. 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 Oh, wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Das... Ich mache jetzt nicht so gut. Pfste immer so recht. Trim langer da. Mal hier. Ja, hau drauf, genau. Jetzt mach' euch da hinten hin region. Mal nach einem Heil. Donc... Ich mach das mal so. Ja, die sind sehr anfällig für Gift, die Basiken hier. Noch mal eine heilen. Erledigen wir den hintersten. So, wir müssen sowieso recht tot sein. Und nicht zum Schaden, ja. Und nicht, okay. Dann sterben. Wir wollen ja auch die Geheimtür da uns mal anschauen, wo er uns wartet. Haben ja natürlich eine Frage verschwindet. Das war super. So. Muss vergiften? Nein, hm. Schnell tot haben. Dann machen wir unnötig wieder Stress hier. Ne, auch. Sind sie auch bei der nächsten Runde schon tot. Ach, das können wir nur einmal. Sehr gut. Sind sie auch noch vergiftet. Nehmen. dann gehst du dich halt auch auf, mein Gott, wenn auch kein Problem ist das war für dich aber ich will jetzt hier mal einen Cut machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und gucken auf wir ihn dann schaffen bis dahin, tschüss